Ich bin mir sehr sicher und mir so gedacht, geil, Alter. Das ist Urlaub für mich. Hautreste. Wie viele Kalorien das eigentlich hat. Ja, deswegen, warte, 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 warte. 159. Wohl. Echt jetzt? Quatsch. Das ist die sogenannte ostdeutsche Masse-Phase. Also meinen Säure habe ich gleich erfüllt. Eisen sieht gut aus. Das ist ein sehr langes Glied. Der ist jetzt einfach so zwischendurch. Und da würde ich sowas mit im Topf sein. Pfand sammeln. 5 Minuten. Mit dem Metro. Also wer sagt, das ist kein...